einen wunderschönen donnerstag mittag wünsche ich euch hier ist eine neue folge das ist käse nee hafer aber gut warte mal wir haben ja noch ich glaube ein feld mit hafer haben wir trotzdem immer noch na ja die 52 sind mir auch noch hafer drauf ich bin sofort wieder da moment ja ja und die ecke ja 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 Ho, 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 ho! No, we're at all. No, we're at all. VB, VB. Nö, der hängt kaputt über'n Zaun. Hä? Was? Was macht der da oben? Hallo Sören. Wie kann ich euch helfen, was habe ich falsch gemacht, warum bin ich da? Gar nix, einfach mal im Tag sagt. Damit du nicht so alleine in deinem Channel rumhängst, habe ich mir gedacht, hol ich dich doch einfach mal ran. Ich war alleine wegen der Hintergrundgeräusche. Welche Hintergrundgeräusche? Frauischen, Essen, Weihnachten. Und? Scheiß Weihnachten. Nö, schönes Weihnachten. Das ist doch schon gewesen, Junge. Ja, ist doch schon gewesen. Wir haben fast Gewester. No. Mensch. Ja, genau. Reste verwerben. Was du vor einer Woche nicht geschafft hast, ne? Jau. Jau. Was gab's denn Gutes zu essen? Na, Traditionale. Achso. Kartoffelsalat und Kochwurst. Jau. 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 Habt ihr denn umzugstechnisch soweit alles geschafft? Jawohl. Jawohl. Sehr geil. Die Restarbeiten wie immer, aber. Ja, du, das bleibt ja nicht aus. Wurde. Das bleibt ja eh nicht aus. Bist du jetzt auf deiner eigenen Etage unterwegs, ja? Na, sehr weit bin ich noch nicht. Ach, soweit bist du noch nicht. Die hab ich ganz hinten angestellt. Jo, das macht Sinn. Erstmal die Lebensräume, ne? Richtig. Aber es ist trotzdem mal schön, das im Eigenheim rum zu randalieren, ne? Ja. Vor allem, jetzt weißt du, alles, was du jetzt machst, ist alles deins. Und ich will irgendjemand anders. Du brauchst keinen mehr fragen. Jetzt kannst du endlich mal deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja, wenn du dann ein Loch in der Wand haben willst, dann machst du dann ein Loch in der Wand. Richtig. 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 Nur von Löchern in der Wand hab ich die Schnauze voll. Mach ich die. Das glaub ich. Das glaub ich. Aber das kennst du. Außen mal drei Wände, er hat drei Nägel in der Wände. Wann macht die denn da? Was? Ernsthaft? Genau, genau, genau. Wer kennt das nicht? Ja. Gucken, wie lange noch. Wieso? Hast du auch Häuschen in der Aussicht? Nee, andere Probleme hier. Achso. Ihr bekommt das Witwendasein wohl nicht so richtig. Ah, diese, okay. Kann sein, dass wir demnächst zwangsmäßig umziehen müssen. Na, super. Ja, ich bin auch hell begeistert, weil ich hab andere Hobbys als umziehen eigentlich. Glaub ich. Glaub ich. Glaub ich gern. Gibt's dann die Millionärsvilla, ja? Das wär geil. Da fehlen aber wieder, das hatten wir ja glaub ich, Dienste oder sowas, da fehlen noch die Millionchen vom Lötte. Ja, ja. Genau. Ja, es muss ja nicht hier gleich der Eurojackpot da mit 99 sein, aber so, dass man sich ein Häuschen hinsetzen kann, dass man vielleicht seine Mutter eine kleine Eigenliga-Wohnung da irgendwo hinklatschen kann. Und dann ist alles gut. Richtig. Eurojackpot ist raus. Den nimmst du schon, ja? Jo. So, ich muss noch mal ganz kurz, bin gleich wieder da. Jo. Nee, der wird brüderlich im Team geteilt, Mensch. Ja, jeder fünf Euro und den Rest meine, okay. Du musst aber großzügig sein. Fuck ich doch, da kenn ich doch gar nix. Jeder 5.000. Was? Komm! Bei 10 Mülle juckt dich das gar nix. Nicht wirklich. Wie ist sie? Also hier musst du doch nur 10 Leute versorgen. Also wirst du 50.000 weg. Kann ich sie denn für wohltätige Zwecke von der Steuer absetzen? Nee, ich glaube nicht. Schade. So arm sind wir jetzt auch alle nicht, ne? Achja. So. Und sonst alles schickig? Jo. Alles gut soweit. Alles gut verstanden. 25 Kilometer. 25 reichen nicht. Mich kann man jetzt durch die Gegend rollen. Aha. Naja. Was aber schlimm, weißt du, so. Das ganze gute Essen, ne? Man kann's ja auch nicht liegen lassen. Silvester geht's doch weiter. Ja, deswegen. Man kann's ja nicht liegen lassen. Silvester geht's ja jetzt weiter. Ja. Aber da kennst du ja auch nix von. Jetzt als Hausbesitzer muss er sparen. Richtig, genau. Da isst er den Putz von der Wende, ne? Nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Gab's schon zur Genüge. Hör auf. Was du wieder erzählst, Alter. Ja, Wende abreißen. Müssen wir doch ein Kehlpaket fertig machen, wa? Wende abreißen. Gab's genug zu essen? Ja, das ist wohl so. Stopp, wieso? Das stimmt. Das kenn ich. Das hab ich mitgemacht, wo ich bei Yannick das Zimmerkern saniert hab, Alter. So viel Staub, ey. Boah. Das hat immer so schön geknirscht, weißt du? War immer lustig. Das schmeckt. Das schmeckt wie Staubtruck. Oh. Vor allem, wenn du dir mal die Nase schnäuzen tust, ne? Hm. Kannst du ein bisschen Wasser an, kannst du den Mörtel wieder an der Wand haben. Ist so. Ist so. Dann geh doch zu Netto. Hashtag Werbung. Hm. Leute, das ist unbezahlte Werbung. Er macht halt immer. Richtig. Du, 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 du. So, morgen Abend wieder das große Fressen, ja? Jep. So. Ich hab aber gesagt, ich geh vor 0 Uhr geh ich ins Bett. Warum nicht? Knallen darfst du eh nicht, also von daher. Warum nicht? Da darfst du knallen. Jetzt nicht das, was du wieder denkst. Nee, auf deinem Grün steht auch's da oben. Aha. Das ist ja erlaubt. Genau so wie sie alle erzählen, dass Leute von Polen und Technik holen ist verboten. Das ist genau so ein Quatsch. Okay. Wie lange wie das CE-Zeichen drauf ist, darfst du das gerne holen. Alles klar. Dann fahr ich heute noch nach Polen. Richtig. Mach' ich noch einen kleinen Abstecher bei Sören. Nicht auf dem Weg, ne? Ja. Mal eben dahinter. Wärst du mal Dienstag gekommen, da waren wir unterwegs. Ja toll, was bringt mir das, was bringt mir das, wenn ihr unterwegs seid und ich zu euch fahre und ihr nicht da seid. Weil denn dieselbe Richtung gewesen wäre. Ach so. Da sind wir nämlich auch gerade einkaufen. Alles mit CE-Zeichen, versteht sich. Ja, das ist normal. Was anderes würde ich auch nicht holen. Ne, ich auch nicht. Nur meine Finger zu schotten. Richtig. Ja, hinten nicht nur die Finger. Ja. So. Haben wir denn noch ein fertiges Fältchen? Nein. Die 52 muss noch. Was macht unsere Ecke da unten? Das weiß ich nicht. Musst du gucken. Ich weiß ja nicht. 53 hat auch schon wieder unterschiedliche Saatspunkte. Ja, ja. Das ist doch Wahnsinn, ey. Die Karte. Und Sören, gibst du deine Prognose auch mal ab? Wer gewinnt? LU. Außer das LU. Niemand. Niemand wäre gut. Außer dem LU. Das Thema hatten wir am Montag schon, Martin und ich. Schwierig. Schwierig. Meinst du? Schwierig, aber ich würde bald tendieren auf Jürgen und Daniel. Genau, das haben wir auch gesagt. Beziehungsweise das hat sogar ein gegnerischer Hof gesagt. Weil Jürgen sich wohl verplappert hat. Okay. Jo. Also gehe ich davon aus, dass die gewinnen werden. Naja. Naja, ist doch egal. Haben wir doch endlich mal einen Sieger, da geht's mehr mit 20 weiter. Tschuldigung. Ey, was soll das? Was? Hattest du keinen Spaß hier oder was? Ne doch, die Grafik ist ja auch. Wenn man 22 gewöhnt ist, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Das ist echt der Unterschied. Das sind echt Welten, ey. Na, um Gottes Willen. 19er war schon schön. Ist schon schön. Ist schon schön. Auf jeden Fall, ja. Was? Ich habe mir auch so gesagt, ich werde nicht hochgehen und dem Innenhof helfen, wo ich ja vor Weihnachten war. Ich werde warten, bis die restlichen vom LU wieder da sind und dann ganze Scores vergestalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, Nick fängt ja dann auch an am Montag. Ach ja, dann gehe ich ja jetzt zu euch, also zu mir und Martin wollte er ja dann helfen. Ich sage, nein, 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 nein. Ich sage, daraus wird nichts, weil LU ist ja komplett nicht da, außer du. Richtig. Und da habe ich dann gesagt, dann gehst du zum Eggi. Tasterisch hier mal. Richtig. Hat Eggi was zu erzählen? Genau. So. Genau, den nächsten zum Anlernen. So sieht es aus, ihr Lieben, denn wir sind schon wieder fertig für heute. Ja, morgen sehen wir uns das letzte Mal in diesem Jahr. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne mich nach oben da, schreibt in den Kommentar und dann bis morgen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.